Hallo, 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 der Miro hier mit Let's Play Your Level. Wir sind angelangt bei 10, Nummer 10, was inzwischen zweistellig ist. The Chef King 1, besondere Info, ich soll das Level links unten spielen, kein neues Intro. Doch da, durch einen von Bowser langsam nervigen Fluchen? Äh, flö, blaues Dingchen, sind die Farben auf Yoshis Island verdreht worden? Mario muss sie retten. Uh, what the fuck, der Spieler lutscht, I like Turtles, Schwuchtelwelt. Haha, gucken wir uns erstmal Yoshis Haus an. Ah, cool, muhaha, denn um... Ich wage da etwas anzuzweifeln, aber okay. Okay, unten, ich guck nochmal nach, welches davon. Load. Unten rechts das. Gut, spielen wir das Level unten rechts. I like Turtles. Oh, was zur Hölle. Aha, ja, das war ziemlich klar. Und ich soll in diesem Hack bedingt safe staten, das heißt... So ein paar... Äh, dann... Joa, hier ein hin. Und, ah, das kannst du... Ja, das kannst du sowas von knicken. Bei den Sprüngen mit Dingen. Ahahaha. Äh. Mein Freund, deine Oma lutscht. Äh. Pff. Cool. Ne, das kannst du knicken. Die Sprünge, die gehen doch gar nicht. Vor allem muss ich danken, da habe ich wieder was abschnacken. Es geht. Äh. So, halt. Meine Fresse. Ja, Chefking. Deine Oma lutscht. Gut, ich muss die Taste raus... Ups. Na. Danke. Die Rau... Die Rau... Mann. Mein dummes Gamepad. Hm? Passiert nämlich das... Oh, ich habe mich mein Gamepad ankotzt. So, safe state. So nehme ich jetzt einen Block mit. Keine Ahnung, was ich da mache. Wow. Wow. What the fuck is... Ich nehme einfach mal einen Grauen mit aus Instinkt. Und das war... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment, ich könnte doch genauso gut, wenn er mir da ganz so viele hingelegt hat. Nö, mich da durchfräsen, aber das ist dumm. Gut. Hepp. Bedingt safe state. Wie gesagt, jetzt brauche ich nicht mehr so viele. Dieser Part am Anfang war... Was zur... Oh mein. Chuckie Chuck... Ja. Ist klar. Mhm. Aha. Toll. Da kommt der Nächste hin. Ähm. Chuck, Chuck, Chuck. Boom. Safe state. Hepp. Hepp. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Oh mein Gott. Ja, aber... Warum heißt das Ganze I Like Turtles? Ich hab ein paar Koopas gesehen und das war's. Wenn du jetzt echt mit unsichtbarem Getöse gleich spielen willst, dann kannst du das knicken, dass ich hier keine Safe States mache. Ich zieh das mal als neuen Abschnitt und setz an den Anfang davon einen Safe... Oh, was ist das denn? Oh, nicht ernsthaft. Ja, das sind jetzt einfach überall unsichtbare Gedingensbums. Da! Mhm. Oh, ist das doof, ist das. Oh mein. Gott. Ja, komm. Ja, toll. Und uhuhuhu, hier ist ganz viel davon. Weeey. Muss ich da rein? Ja. Oh, ist das doof. Komm her. Und das kommt mir auch überhaupt nicht bekannt vor, mal abgesehen davon, dass dann Pokey ist. Kann ich da mit treffen? Oh, okay, dann kann ich einfach nur mit dem... Weeey. Mhm. Wie viele von den Mistviechern sind denn da? Ah, ah, Pokey. Ah, noch mehr Pokeys. Tanz Pokey, so. Ähm. Neuer Safe State. Hallo? Ist hier noch irgendwas neu? Uh. Uh. Ja, für eine Kaiserfalle hast du da leider den Falschen reingesetzt, Cheffy. Tut mir leid. Hepp. 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 Das ist ebenfalls der Falsche. Uhuhu, komm raus. Hepp. 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 Uhuhu. Hä? Oh, fuck. Ähm. Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ist hier irgendwo was? Nicht? Aber hier muss was sein. Rrrr. Da. Bleib weg. Du auch. Lass mich raten, ich muss dir den Silbernen mitbringen. Bis hier hin. Oh, schön. Ist es natürlich sehr klug, dass man da so eine Röhre hinbaut, ne, Cheffy? Äh, güte, güte. Ja. So. Oh. Scha-zoom. Jetzt will ich da hoch. Ah, ha, ha, ha. Jetzt brauche ich da noch ein. Ma, dat... Du Hund! Jetzt nicht im Ernst. Na. So. Versuchen wir das Ganze ein drittes Mal. Das war der falsche. Hepp. Hepp, 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 hepp. Hoch, 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 hoch. Und wumm. Und wumm. Und... Danke. Schön. Ah! Blöpp. Ah, und jetzt. Ja, 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 ja. Level geschafft. McDonald's. Spiel ich nicht mehr. Okay, Chefking, das zieht... ...merkwürdig aus. Und... Sowas ist nicht nett. Deine Oma lutscht. Nicht meine. Also, bis zum nächsten Mal.